Das ist unser Notfährchen heute, Almi Zille. Richtig, das ist Mr. Brille, ein zehn Jahre altes Rußköpfchen, was aus gesundheitlichen Gründen von seinem Frauchen hier abgegeben wurde. Und zu sehen ist er da mit seinem nicht ganz artgerechten Kumpel, dem Plastikvogel, aber den kennt er nur schon seit zehn Jahren, mit dem lebt er zusammen. Er kennt auch keine lebendigen Artgenossen und deswegen soll er diesen Plastikvogel auch auf jeden Fall behalten dürfen. Ja, wie ist er denn zu Ihnen gekommen? Also was war denn der Grund, dass er abgegeben wurde? Das Frauchen konnte sich gesundheitlich leider nicht mehr um ihn kümmern und deswegen mussten wir ihn übernehmen und hoffen, dass er jetzt schnellstmöglich in ein neues Zuhause bei vorgekundigen Leuten kommt, eventuell auch in Gesellschaft, aber wir wissen nicht, ob er das möchte, ob das jemals noch funktioniert. Deswegen definitiv mit dem Plastikvogel. Ja, es ist eine sehr ruhige Zeitgenosse, ja. Ja, er ist sehr angenehm, sehr ruhig und auch nicht sehr pflegeaufwendig. Er bekommt täglich seine Körnermischung. Er bekommt täglich seine Körnermischung für Sittiche und Kleinpapageien und als Leckerchen immer mal eine Hürsestange, das mag er sehr gerne.